Heute aber den 20. Oktober. Wir fahren gerade am Leuchtturm von Dandin. Das ist die letzte Station, wo wir anlang gehen in Neuseeland. Das ist die Einfahrt nach Dandin zum Port Kamel. Das ist doch ein geiles Foto. Na klar, da kommt ja am Start. Das ist einer da oben. Das sind so alle. Guck hier. Da kann es ja wieder aufhören. No. Und viel. Da kommt drauf. Jetzt fühlen wir den Albatros. Die Neuseeländische Fichte. Da sind wir um die Ecke reingefahren. Da ist der Leuchtturm. Da kommt jetzt ja Albatros. Das ist der Leuchtturm. Da bin ich gerade aufgefahren. Pass auf die Ecke. Guck mal. Da ist der Leuchtturm. Guck mal, da unten die Flügel. Der war noch ein Stück. Der Eck, der wir eben schon hatten. Auf die interessante Selbe. Guck mal, da bin ich da noch. Da muss ich doch raus. Das ist immer nur jedes Bild scharf, 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 alles für die Schafe. Für die Schafe. Hey B. Beautiful. Reisterrasen. Da sind wir fast ausgerast. 1810, man, du godt musst den et kugel ligge abklappen. Das ist ein Steingarten. Toll. Das ist ein Steingarten. Das ist ein Steingarten. Das ist ein Steingarten. Ich würde sagen, ein verrückter Deutsch. Das ist ein Steingarten. 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 Träume von dem Bahnhof hier in Dandien. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Welcome, my friends, to Paris. You have a flower on me. Forget where you're from. This is France. She's gonna come. I'll show you the French while I'm free. Ah, all the things I could do. If I had a little money, it's so expensive. When you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. If you're frozen and change the world, it's been. Oh, la, la, la. Say, my new people. Bring them, bring them night. Your love will hold you some time. Oh, la, la, la. Am 28. Tag unserer Reise sollten wir ins größte Highlight eigentlich, das für die ganze Reise angesagt war, das ist der Milford Sound. Und es hat heute Nacht furchtbar gestürmt und es war zu befürchten, dass wir gar nicht reinfahren. Aber jetzt hat der Kapitän um ein Uhr entschieden, dass er doch reinfahren kann. We'll be right back. Bye. Bye. Ciao, child. Bye. Bye. Die Farbe ist jetzt, wie es ist, die Farbe schon. Jetzt sieht man, dass es wichtig ist. Es ist immer süß. Es ist immer süß. Es ist immer süß. Der, was von oben kommt. Die kommt sich zu verabschieden. Jawohl, ich mache alle. Wie viel drittest du? Wie schön klar jetzt. Der ist schön nah. Oh, und da oben ist spitze. Zum Wohl. Das geht's gut. Das ist schön. Obwohl es wieder nichts ist. Aber wir sehen was Schönes. Wir trösten uns mit Sekt. Genau. Und warte auf die Delfinen. Ganz schön. Guck mal hier. Da sind ja die Kampfmöbel. Da wo die Kampfmöbel sind, kommen gleich die Delfine. Jetzt sind wir ungefähr zwischen Neuseeland und Australien. Delfine. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017